Wir haben die alle weggefaked, so wie es scheint. Also der Carlos hat die alle weggefaked, so wie es scheint, aber. Das ist mein Job. Der Carlos übrigens Beruf Straßenbauer, falls ihr das nicht wusstet. Genau. Im Tiefbau. Ich habe aber letztens umgewechselt auf urologische Praxis. Wo es dann noch tiefer reingeht. Tiefer in die Materie natürlich. Tiefer in die Materie. Ich will gar nicht dran denken. Und in dem Moment, wo ich davon rede, heißt er rechts einfach Rosetten Casper 83. Kaum reden wir von Urologie und Intimbereich, Rosetten Casper 83 kommt. Guck mal, der will sich da hinten nur einen Trink kaufen. Was macht der da? Hey, der hat Hunger gehabt. Guck mal, der wollte sich ein bisschen Fleisch kaufen. Was ist passiert? Hier hast du gerade einen, guck mal. Was denn? Gerade am Spieß. Ja, das meine ich doch. Ui, guck mal. Das ist... Ui. Guck, guck. Das ist auch schon ein bisschen makaber, oder? Also ich finde das... Ja. Ich befürchte jetzt mal, dass hier im Raum vorher ein Schwein war. Und das hat ein bisschen Rache haben wollen, ne? Also... Ja, aber nicht. Scheint mal so. Ja, gut. Guck mal. Hey, guck mal. Hey, schaut mal. Wir machen hier einen Spießbraten. Ja, ach, nö. Hätte ich jetzt nichts gedacht. Oh mein Gott. Das Kopf, Alter. Also wir sind vor fünf Minuten da drüber, die ganze Zeit war hier. Spießbratendollchen und er jetzt nach fünf Minuten... Oh, guck mal. Oh, guck mal. Mein Spieß. Oh mein Gott. Ja, ich war grad abgelenkt. Warte, was ist denn das? Wieder will ich durchdrupp. Schön. Okay. Loll. 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 Was ist denn das? Mit ne Figurback drum. Oh, ich kann mir selber in die Eier schießen. Geil. Würde mir schon immer mal selber in den Sack reinschießen. Oh mein Gott, ist das dumm, Leute. Aber der Schatten, guck dich den Schatten an. Der Schatten ist trotzdem mal so, als würde ich mich bewegen. Was ist das für ein Dreck? Oh, DICE. DICE EA. Ich liebe eure unfertigen Spiele. Wollte mir schon immer mal in den Sack schießen. Danke für dieses wunderbare Ereignis hier. Und die Leute, die mich hier sehen, die denken, oh, ich bin Spast. Ich würde mal gerne interessieren, ob die Gegner mich jetzt auch so sehen. Und wenn die von denen getötet werden... Ach, ja. Genau. Was ist denn das jetzt, Alter? Wie behindert ist denn das, Alter? Wie soll man so spielen? Wir haben sogar getötet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo, jetzt ist die Waffe oben. Alter, ist das ein Scheiß, Leute. Oh, guck mal. Oh, jetzt kann man ja richtig gut durchs Zielfernrohr ziehen, ey. Jetzt klappt es wieder. Jetzt klappt es wieder. Endlich ist das Spiel gefixt. Oh. Da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut. Natürlich. Ist das geil. Ich brauche Munition. Nicht, äh... Tote haben auch Rechte. Tote haben Rechte, sagt er. Todesrechte haben die. Aber mehr auch nicht. Todesrechte. Todesrechte, mein Freund. Boah, was weiß ich mit diesen Scheißfeministen, die überall hier rumrennen. Hä? Hä? Wie kommst du jetzt von Todesrechte auf Feministen? Und was ist mit dir denn falsch? Junge, Junge, Junge. Bist du ein gefickter Mensch, Alter? Ey, irgendwie habe ich teilweise das Gefühl, dass die Spieler in Battlefield 5 einfach zehnmal schlechter sind als in Battlefield 1 und in Battlefield 4. Warum auch immer? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach gut mittlerweile. Äh, ja. So gut, dass ich keine Munition mehr habe. Nice. Siehst du mal, wie gut ich bin, ne? So... Oh! Hier. AV Morgan, John Marston-Style, Alter. Ha, der wird sich schon im Stream-Chat grad lustig gemacht drüber. Ja, Artula. Äh, das mit dem Gut, das scheint gar nicht mal so falsch zu sein, weil ich habe im Battlefield 1 eine Durchschnittskd von 1,7. Also schlecht bin ich anscheinend nicht. Also 1,7 Durchschnittskd bei jetzt Level 31. Oh, ich bin ein 31er. Äh, das scheint gar nicht mal so schlecht zu sein, ne? Also schlecht bin ich echt nicht im Battlefield 5. Ich bin wieder, äh... Ah, ja. Ich werd wieder gestream-braked. Oder so. Ruft nämlich wieder der Peter an. Wer sich nur an den Stream erinnern kann, wo einer mit dem Stream angerufen hat, der weiß Bescheid. Das ist der Peter. Ja. Was geht? Nix, was geht? Ich wollte nur mal sagen, dass du im Battlefield total Grotte bist. Du bist so ein Hund, Alter. Junge, hast du keine Hobbys, Alter? Ich bin noch nicht. Oh mein Gott, bist du schlecht, Alter. Halt's den Maul, du hässes Stück. Scheiße, was du bist. Junge, hier, guck dir mal an. Was ist denn da los? Hier. Hier. 12 zu 3, Alter. Der sagt schlecht. Hau ab. Tschüss. Ciao. Du Hund, ey. Du. Ey. Ach so, mein coming mél ist.